was gab es herzlich willkommen zur ersten runde battlefield 1 und mir ist gerade ein kleiner fehler passiert oder was auch immer fail ich hatte schon aufgenommen gehabt die erste runde die erste hälfte der runde und bin dann aussehen auf die share taste gekommen weil ich nach meinem punktestand gucken wollte hab also so den videoclip abgebrochen und ja jetzt spielen wir hier die zweite runde ich hoffe dass es nicht allzu schlimm und dabei ist natürlich auch hier der tier 117 naja auf jeden fall stand ich zum schluss glaube ich 1914 oder so für die erste runde wenn am anfang ziemlich dem ich immer gestorben weil ich absolut gar nicht mehr gekriegt aber aber der boss stand natürlich 46 5 der boss natürlich wieder klar ja wohlgemerkt ist ja auch level 50 oder so und ich bin letztendlich 1 2 ich glaube ich da bin nur gestartet also seht ihr jetzt quasi gerade anfangen aber ich habe schon eine hälfte gespielt also ein bisschen besser bin ich jetzt schon ah ja also ich denke ich helfe dir jetzt mal ich belebe dich jetzt auch wieder gibt die mädchen und die ziehen und so wenn man wiederbelebt wird zählt es dann trotzdem als tot also der gegen der kriegte für den kill aber du kriegst keine holen ok da bist du ich spawmer bei dir oh die haben im wind hat nen zug alter ich ring halt genau vor komm bloß weg da oh alter was lass für ein heftiges ding weg hier wir müssen hier warten digga mach scheiße mach keine scheiße jetzt ist der züge wieder aber und das ist ein versteck der lebt sowieso stehen weißt du mal hau mal deine antipanzergranaten rauf mit feit hast du das wird es aus ja auch auf dem turm oder so jetzt noch deine dynamite was du noch hast ich habe alles drauf kommen was geht außer die erste hat uns gesehen ja springer auf ja kannst du machen aber würde nicht hier bringen weil ich abschließen kann ok hätte sie mir das nicht vorher sagen können ich habe so gemacht ich dass ich mich auch nachgesprungen egal wenn jetzt uns schon zu gehen die lebe erster gewesen hat dann hätte ich mich hochgejagt und den Zug mit er hat das Kotze wird anders aus in die aufnahme es war nicht voll geil was alles so ansicht wir haben einen service da egal war ja wieder klar dass mir irgendeine scheiße passiert bei der ersten folge war so klar auch mann ok ich hab ein problem was denn bist du ich bin tot ich bin tot ich hab die handgranate einfach direkt in die fresse nicht neu spawnen ich belebe dich wieder das ist der frist über die neue spawnen alter wenn sie uns einfach über rennen dann musst du dich hinlegen und waffe wechseln ich muss aufpassen manchmal hält er auch die knarre so richtig mit der werte ich manchmal hätte die knarre richtig mit der werte ich was vor das gesicht er dann wird das und minder wichtig das war gerade der ist einfach gesprintet und hat dabei visiert und ich kann einfach nichts machen ja und ich muss aufpassen dass ich nicht so viel rum der moment wenn du hochklettern willst er aber nicht hochklettert und der scheiß bis zug dich tötet ich schlau im westenland nicht einsporn mach ich nicht geil von wo aus kannst du mich denn wiederbeleben bitte ist ja richtig krass bis Mitte Anfernung oh nein ah nein also die runde läuft schon mal wieder gar nicht ach ich stehe auch nur zwei bin zwar schon viel öfter gestorben aber ach hey die gammeln in den häusern ganz ums freudig alter ist der ganze sind ganz kaputt ja ja das ist gut dann können wir kommen jetzt weiter oh mein gott alter du Hurensohn alter hat er mich erschrocken und dann habe ich mal mehr den kill bekommen weil der team mit mir gesnackt hat ja dafür habe ich den kill bekommen wir haben einsatz ziel albert verloren ich bin hier voll eingekreist oh ich habe ihn noch geholt komm schon und den habe ich auch noch geholt alter wo ich nur einen HP habe ich bin hier so in der ecke jungen ich habe die ganze Zeit noch ein HP ey mann und dann alter wie was ist denn jetzt wie bang ich dann in der scheißen Mauer das hätte zu sehen müssen alter das sah so hässlich aus ja wo man explodiert war dann knackt man voll gegen aber egal ich stehe nicht mehr negativ ich stehe 62 alter das sah so absolut oh mann alter wo bist du umgeschützt ich weiß ja gar nicht bei dir man das baut nicht bei weh weißt du die scheiß Nate explodiert ich dachte erst die ist hinter mir an der wand und kam mir nichts aber die lag einfach genau neben mir ich explodiere so und auf einmal hing ich so richtig kruppel auf der Wand oh mein Gott ich bin einfach direkt im scheiß Gegner auf der Sprung aber ich habe ihn gut ey wenn wir jetzt am Anfang schon wieder einverkacken ist Mauer wir müssen jetzt momentan weiter kommen weil das die hälfte wesentlich schwerer ist ja also in der letzten hälfte sind wir auf jeden fall ziemlich durchgerusht und jetzt scheint es auf jeden fall gar nicht zufrieden weg hier weg hier weg hier oh Gott sind die viele so wer kommt jetzt ah nein warum stirbt der denn nicht ey jetzt war schon wieder unlogisch automatisch wir haben 19 18 das wird's geil die äh schießt schnell hast du die? bei A sind gerade keine bei A sind gerade keine Gegner wir nehmen gerade A und sie ein ja ich bin hier gerade voll bei B und bin tot belebt mich doch einer ja man ihr seid alles Antis ja wir gewinnen gerade die B halten weißt du da hat mir einfach mal einer wiederbelebt ne die stehen alle neben mir und machen nix richtige Anti-Mates das war noch das war noch hey alle schreien alle schreien alle schreien eigentlich immer alle ja das geil ist weil die jetzt vorrücken ja gut wusste ich wollte dich gerade noch holen sind viele Leute gekommen ja überhaupt nicht mehr alter ich spawne mal bei King King Onbar probier doch mal den Versorger aus der hat nur einen Lewis Gun die hat ich glaub 46 Schüsselmagazin ja mach ich beim nächsten mal wenn ich sterbe ok dann kommen wir nicht das ist schon mal ein Panzer auf der Straße hinten sind so viele Gegner hm deswegen kapiert die jetzt einfach das ist glaub ich noch ein wenig verschwemmer ja wer hat das denn gecheckt alter ich könnte die alle holen die stehen da alle so offen nein deine Panzer schießt mich ich bin fast down gegangen hey vorhin hatte ich so ein krankenscore alter ich ich war die letzte mal auch geiler das ist halt ja ja man oh Gott ich bin auch so dumm warum rush ich ihn auch mit 19 AP ah doch schuldig pass auf da hockt noch einer in der Ecke so richtig dreckig ey ich hab das nicht gesehen das ist ein Gegner das war da einfach das Schild vom Teammate dahinter weil der hinter ihm war Pass auf doch es war ein Teammate er wurde geneift ich hab's noch gesehen alter er wurde so richtig dreckig geneift von dem Wichser der mich getötet hat er saß da die ganze Zeit in der Ecke und auf einmal kommt er und wird geneift er ist bei A spawn und dann zu B gehen ok da ist einer da ist einer da sind zwei die 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 der die die der es hat das da sie nicht Alter, ich hab hier in so einer richtigen Ecke. Wenn jetzt einer reinguckt, den knall ich erst mal ab. Hier, flass Granate machen. Oha. Das sind natürlich die Mäste. Oh mein, was wird das? An Rutschtoch, die blocken alle. Oh Gott. Oh, der Einen, der war gerade. Boah. Alter, ich bin durch Gas gestorben. Fuck, ich hab nicht drauf geachtet. Ey, Panzerbüchse ist so schlecht. Ich spiel jetzt mit Mondragon, Alter. Das ist eine übelst kranke Sanitätswaffe. Jetzt hab ich ihn nicht mehr geliebt. Wir haben genug darauf an mich. Junge. Was ist los hier? Hm, ich spau mal bei B. Hey, lass mich durch. Ich komm nicht durch mit dem Wixam. Das ist so frustriert, ne? Ja, wenn ich direkt vorhau, das steht gleich nicht wiederbelebt. Ja, das ist einfach richtig lappig. Ja, wenn soll ich nicht mehr nicht spielen, Alter. Ist echt so. Ja, vor allen Dingen die Wiederbeleben bringt doch locker Punkte, oder nicht? Ja, äh, bringt den Gegner die Punkte nicht, ja. Und bringt ja auch Punkte, ja. Das ist sehr fair, ne? Boah, da geh ich lieber nicht her. Ganz, ganz schlechte Idee. Hopp. Wir haben noch 20 Soldaten. Och, Mann. Weißte, ich bin so vor... so'n Wix angeflüchtet, geh so in den Gang rein, auf einmal stehen da sechs andere. Ich würde ja gerne eine, äh, eine andere Knarre spielen. Trauerndes sehen. Ich bin 8, ich bin 11, 4. Ich steh' ich gerade. Und wir kacken jetzt einfach zum ersten Mal. Warum? Ja, das ist halt richtig, Leute. Die erste Hälfte wäre einfach so perfekt gewesen. Die erste vollen Gruppen wäre nicht negativ gewesen. Ja, Mann, das wäre jetzt... Nee, das ist klar. Oh, das ist die Hälfte jetzt vorbei, ja, ne? Okay, da ist der erste Videoclip-Kraft beendet worden. Dann mach halt mit dem ersten weiter. Noch zwei Angriffe einfach. Jetzt gehen wir in Panzerzug. Der erste Angriff war auf jeden Fall... Wir bekommen Verstärkung durch einen Panzerzug. Du musst dich, äh, beeilen, damit du in den Reinkommst. Okay. Ich spiel jetzt den Sturmseidern. Dann komm ich da rein. Jetzt mal ein Panzer. Du musst einfach drin spawnen, wenn er durchs Dings fährt. Ach Gott. Jetzt bin ich so gespawnt, ich dachte, man muss hinrennen. Ja, dann komm bei mir rein. Ach, ich hol dich ab, ich hab ein Panzer. Äh, müssen. Aber du. Aber ich kann auch... Ach, du hast dieses fette Tank-Ding. Du brauchst den Flammenwerper, ne? Oh. Hopp. Nice. Check mal trotzdem aus, dass es nicht so spektakulär geht. Und das ist auch offen und fällt besser. Nice. Nach der Runde muss ich mir noch sagen, wo ich einstellen kann, dass man die Kills sieht und so. Ja. Komm schon, Granate. Okay, ab ins Kampfsgebiet zurück. Hallo. Ich kann mir die Gegner hier oben überraschen. Oh, da ist ein Panzer. Nein, ich wollte den Panzer vorholen mit meinen, mit meinen, äh, Panzerabwehrdingern. Machst du mir einfach immer ein Transparen. Ach so, ich möchte mal die andere Klasse ausprobieren. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verflaschen. Ich will das Flammschützen-Kit haben. Mach. Wo ist das? Hey, wurde doch vorher angezeigt, dass hier so ein Flammschützen-Kit in der Nähe ist. Wo ist das denn? Ach, es hat sich schon einer gegrabt. Ach man. Das kann jetzt bei den Flammenwerfer-Roll spielen. what I'm saying? Ich kenn' ich ja keinen anderen, du gehst damit. Wo bist du? Ach. Alter, nee. Ich wurde von einer scheiß Shotgun getötet. So ein Assi. ich war gebrannt und konnte nicht schießen was war das denn jetzt schon wieder war locker wieder dieser rollige back oder kann man wenn man brennt nicht ich bin aber auch dumm manchmal da ohne witz das kommt alles noch es bin ich stehe ich locker negativ ich war so wie schon 37 kills und ich bin hier bei meinen 15 ja auch Panzer drinnen er war also ich habe das verein geboten kannst du kreuzten sitz wechseln also hier richtig ich fahr gleich zum beispiel vor und rechts von uns ist dann in dem gebäude ein also kreuz und dann gern flamme auf der rechten seite ist er war und alle herrscht für euch alle weiter aber noch ein guter Da sind hier richtig viele im Panzer, da Das ist das Ziel, das wir eroberten Sie haben Einsatzziel Bertha erobert Sieute Bertha haben wir eingenommen Warte, gleich geht's weiter, ich falle jetzt hier durch die Gasse Achte auf die Seitengasse und so Ja, komm, komm, fackel, Junge Mach was dem Wienchen Ah Alter, warte, jetzt fach ich mal hier runter Nice, nice, alles klar Alter, hat der Typ Glück Wir sind einfach umgekippt Wir sind auf die Panzerabwehr wie eine raufgekippt Jetzt ab Ja Mann Läufts Egal, schon viele Kills gemacht Jetzt noch bei Baseball noch ein paar Komm, 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 jetzt machen wir das Ja Leute, übricht Jetzt geht's ab, Alter Äh Ich hasse das mein Gas Ich hasse das mein Gas Ah, einfach, es ist immer noch einfach noch einer Jawoll, fucking nice Tür einfach da, ich spau mich mit dir Die alten Striche, Junge Aber was kommt denn jetzt Boah Okay, let's go, let's go An den Sektor runter Nice Hol so viele Feinde wie es geht Ich würde gern welche töten, wenn ich welche sehen würde Nice Wir haben den Sektor gesichert Wir haben den Sektor gesichert Oh, jetzt gibt's drei, Alter Was ist jetzt hey Du bist du, ich warte auf dich Komm hier rüber, war ganz falsch Du brauchst ne Flammen raus Wenn du bald musst du dich hinlegen, dann ist das Schaden, deiner Wir kommen her, hier ist mir zu ziehen Ja, ich bin voll Oh mein Gott Oh Gott, Mini-Granate Kannst du dich überleben? Nein, ich bin kein Sani Gas, Gas, Gas Oh Ja, ich probier Was soll ich jetzt? Einmal kurz raus, sie haben Direktor Ähm, Versorger, Sani oder Sniper Ne, wo darf man zufern irgendeine Waffe, die ganz cool sein soll Automatico M1918, Graben oder Sturm Wir haben Einsatzziel Albert Hier ist bei, äh Ist bei Sturmbrüder Wieso kann ich die ändern? Mit Dreieck Anpassen Äh, wie heißt die? Automatico M1918 Ok Dreischalt, gekauft Zack Probieren wir mal hier Äh, das bist nicht du Das bist du Oh Gott, ja Das ist dieses, äh Rover Lader Ach Gott, ja Das ist dieses, äh Rover Lader Dings von uns Oh Gott Ja, die ist aber gut Lade, lade auf nach Die hatten noch 25 Schuss im Magazin Naja, hab ich schon gemerkt Richtiges Scorpion Evo der, äh Alter, was ist denn jetzt? Oh Gott Lächerlich Ich Nicht vergessen, dass du die Dings, äh Die Panzerabwehr-Ganaten auch als normale Ganaten kannst Naja, das mach ich so, das weiß ich noch aus der Beta Ah, ist schon gut, dass man die Beta gespielt hat Dann ist man nicht ganz unbeholfen Oh, Alter Überall Gas, Gas, Gas Lass mal so aufsetzen uns einfach Okay, oh, oh Alter, er hockt in der Ecke Keiner hat ihn geholt Er hockt da die ganze Zeit Krass, wo, wie, wer Das ist aber ein möglicher Scheiß, Alter Alter, diese komische Waffe hier Äh, die Aber mit Gas und Maske auf kann man die absolut nicht spielen Doch, doch, doch Du, äh Die ist relativ genau im Genauskopf So Ich spiel jetzt auch Ich bin locker negativ Okay, doch nicht Welches hast du denn, du, M918 Graben oder Sturm? Automatik Ja, einspielen Welches Preset Graben oder Sturm Verloren Keine Ahnung Ich hab die Keine Ahnung, ich hab die Keine Ahnung, ich hab die genommen, die das war Du musst Sturm nehmen Das Stiftfeuer übelst genau Hier ist ne Granate Jawohl, damit wir Oh Mann, dann sterbe ich Hä? Wie konnte er mich dann töten? Hat er durch die Wand geschossen? Er liegt da ganz hinten Er liegt da ganz hinten irgendwo Hat mich mit einer Lewis Gang geholt Hä? Hä? Oh Gott, ohne sie Ey Wahrscheinlich, Mann Okay, Hauptsache der Baum backt durch den Boden wird hier gaz 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 also von welchen opfern welchen hier wie abbrechen lassen wenn man eine granate werfen will ich hab dich gesichert nice danke jetzt kommen wir am letzte punkt das schaffen wir gewinnen das gang auf jeden fall schlägt es zu machen ja ja Ja, weee! Attacke! Nicht so reinkroschen, Alter. Genau, da ist der Panzer, pass auf! Oh! Ja, genau links, da kommt es genau auf uns zugefahren. Der Panzergranaten zerficken. Hey, so ist doch klar. Ja, sehr gut. Hm, ich würde hier keiner holen. Ah, sogar sprich mal. Ja, in dem Fall würde ich hier keiner holen, ja. So, jetzt gehen wir ab hier. Wollen wir uns? Ein Junge von... Ah, er war genau hinter mir, ist das lächerlich, Alter. Oh nein, das habe ich nicht getan. Der Panzer, der Spast am Panzer sieht aber auch absolut nichts. Mach mal. Bist du tot, oder kann ich beide spawnen? Bin tot. Oh, Gott. Ich geb' glaube, ich gleich wieder. Au, tu, ich hab' nicht gehört. Oh, aber. Oh, aber von wo denn, Alter! Ich sterb' hier nur, bei dieser komischen Stellung, wo wir gerade sind. Der hat die Metzen MG Sturm Tannenberg. durchmüller durchbruchmüller was ist eine durchbruchmüller das ist eine waffe so hieß der so ist der admiral der das absolutig feuer ja an dieser stelle muss ich mich noch mal kurz bei euch entschuldigen weil dann bricht gleich der videoclip ab und ich habe es nicht gemerkt und keinen neuen gestartet deswegen geht die runde hier nicht weiter auf jeden fall haben wir die runde gewonnen ich stand am ende glaube ich sogar mit einer zwei akade ich weiß nicht mehr genau ich habe es tut mir auf jeden fall leid es werden auf jeden fall mehr battlefield videos in zukunft kommen und wir sagen haut rein bis zum nächsten mal leute tschüss